Elon Musk ist nicht mehr der reichste Mensch der Welt. Und dennoch hat er in der jüngeren Vergangenheit einen neuen Rekord aufgestellt. Er hat von November 2021 bis Dezember 2022 ein Vermögen von rund 200 Milliarden Dollar verloren. Damit löste er Masayoshi Son ab. Das ist ein japanischer Tech-Investor mit koreanischen Wurzeln, der während des Dotcom-Crashs rund 60 Milliarden Dollar verlor. Heute geht es bei uns um die laut der Forbes-Billionaires-List reichsten Menschen der Welt. Willkommen bei Einfach Börse. Starten wir mit ein paar Zahlen und Fakten rund ums Thema Milliardäre. 2.668 Milliardäre und Milliardärinnen gab es weltweit im vergangenen Jahr. Eigentlich könnte man sich das Nennen der femininen Form fast sparen, denn ganze 86% von ihnen sind Männer. Und fast 90% von diesen Damen und Herren sind schon über 50, wie diese Grafik hier zeigt. Die allermeisten Milliardäre sind zwischen 50 und 70 Jahren alt. Und auch ganz spannend, 61% der weltweiten Milliardäre haben sich ihr Vermögen selbst erarbeitet. 10% haben geerbt und bei 29% war es eine Mischung aus beiden. In den USA, da leben mit recht deutlichem Abstand die meisten Milliardäre. Gefolgt von China und dann kommt bereits Deutschland auf den dritten Platz. Nun aber Butter bei die Fische, werfen wir einen Blick auf die Forbes-Billionaires-List. Stand Ende Januar 2023. Platz 10 ist Mukesh Ambani. Das ist ein indischer Unternehmer, der vor einigen Jahren schon mal reichster Mensch der Welt war. Bereits 2007 führte er mit einem Vermögen von 25 Milliarden Dollar für einige Zeit die Billionaires-List an. Nach dem Tod seines Vaters wurde Ambani 2002 Chef bei Reliance Industries, einem Konglomerat aus Öl, Textil, Einzelhandels-, Telekommunikations- und Internetunternehmen. Ambani gehören mehr als 10% an Reliance Industries. Die entsprechende Aktie ist auch an deutschen Handelsplätzen verfügbar und hat dort in den letzten 5 Jahren mehr als 100% zugelegt. Platz 9 belegt Larry Page. Zusammen mit Sergey Brin entwickelte er die Suchmaschine Google. Seit den 90ern war Page der CEO von Google. Und von 2015 bis 2019 war er dann der Vorstandsvorsitzende der neu gegründeten Google-Muttergesellschaft Alphabet. Einem weiteren Inder begegnen wir auf Platz 8, Gautam Adani. Dieser hat 1988 die Adani Group gegründet. Die dazugehörige Aktie, Adani Enterprises, ist nur in Bombay notiert und hat in den vergangenen 5 Jahren mehr als 2000% zugelegt. Adani ist eine sehr streitbare Person. Ihm wird ein Hang zur Vetternwirtschaft vorgeworfen, Bestechung wird ihm nachgesagt und in Australien steht er aus Umweltgründen in der Kritik. Umstritten ist auch der Herr auf Platz 7, Garalos Slim Elu. Ähnlich wie Ambani und Adani hat er ein gigantisches Konglomerat aus Unternehmen geschaffen. Er besitzt zum Beispiel ein Quasimonopol im mexikanischen Telefonsektor. Gut für Slim, schlecht für die Kunden, die relativ wenig Qualität für relativ hohe Preise bekommen. Platz 6 geht an Bill Gates, den Gründer von Microsoft. Dort zog er sich aber bereits 2008 aus dem operativen Geschäft zurück. Auf Platz 5 findet sich Warren Buffett wieder, der CEO von Berkshire Hathaway. Wie er einer der erfolgreichsten Investoren der Welt wurde, habe ich euch bereits in einem der bisherigen Videos verraten, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Auf Buffett folgt Lawrence Joseph Allison, besser bekannt als Larry Allison. Er gründete den US-Software-Konzern Oracle und war bis September 2014 der Vorstandsvorsitzende dieses Konzerns. Wir bleiben in der Tech-Szene. Platz 3 geht an Jeff Bezos. Dieser gründete 1994 Amazon. Bis 2021 stand er als CEO an der Spitze des Konzerns. Im Jahr 2000 gründete er zudem das Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Und im Sommer 2013 übernahm er die Tageszeitung The Washington Post. Kommen wir zu Platz 2 und damit zu dem Herrn zurück, über den ich zu Beginn des Videos bereits sprach. Elon Musk. Er ist unter anderem der Vorstandsvorsitzende von Tesla. Er leitet das Raumfahrtunternehmen SpaceX. Und seit Herbst letzten Jahres gehört ihm auch der Kurznachrichtendienst Twitter. Und damit kommen wir zum aktuell reichsten Menschen der Welt. Bernard Arnault. Er ist Franzose und leitet den Luxusgüterkonzern Mouet Hennessy Louis Vuitton. Kurz LVMH. Er hält knapp die Hälfte aller LVMH-Aktien. Und dies hat 2022 sein Vermögen noch weiter ansteigen lassen. Denn diese Aktie gehört zu den wenigen Werten, die im vergangenen Jahr zulegen konnten. In der Februar-Ausgabe von Einfachbörse, der erfahrt ihr, wie diese Herren ihr Geld anlegen und welche Branchen bei ihnen besonders beliebt sind. Zudem geht es im Heft auch um den Immobilienmarkt und um Edelsteinen. Und wir sehen uns beim nächsten Video gerne wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut.